Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute gibt es eine Kartoffelrolle und ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, weil das ist ja immer das gleiche. Ich habe ja meine neue Liebe, den Krups von mir, indem ich auch immer meine Kartoffeln jetzt koche. Und das sollte tatsächlich auch schon, also bei mir ist es jetzt noch morgens, ich mache das erst heute Mittag. Aber ich habe schon sehr früh heute Morgen meine acht Kartoffeln, das war knapp ein Kilo, vorwiegend fest kochende Kartoffeln, die habe ich schon gekocht zu Pellkartoffeln und habe die jetzt gerade ein bisschen abkühlen lassen, weil ich einfach nicht so gut heiß anfassen kann. Und ja, zerdrück mir die jetzt noch, einfach damit es nicht zu matschig wird. Es soll ja natürlich eine Kartoffelmasse werden, damit wir diese Rolle machen können. Also nicht wir machen die Rolle, sondern die Kartoffel macht die Rolle. Aber es soll auf gar keinen Fall jetzt wie Kartoffelpüree so schleimig oder so werden. Da kriegen wir das natürlich auch nicht gerollt. Also deswegen, die sind gar gekocht, aber dadurch, dass sie schon ein bisschen abgekühlt sind, lassen sie sich natürlich ein bisschen schwieriger hier durchpressen. Ja, aber es geht. Sie sind ja halt vorwiegend festkochend, deswegen ist es ein bisschen schwieriger. Nun muss ich sagen, in der letzten Zeit habe ich diese Kartoffelpresse wirklich oft benutzt und hat die sich wirklich bezahlt gemacht. Habe ich mal irgendwie gekauft bei Teddy für 5 Euro. Also keine riesen Investition. Ist natürlich auch wieder so ein sperriges Ding, mal schön meine Schublade verklemmt. Aber wie gesagt, ich habe es in der letzten Zeit wirklich öfter angewendet. Meine Kartoffeln hatten also jetzt schon Zeit hier abzukühlen. Die kommen aber erst gleich dran. Erstmal geht es hier weiter mit den Zwiebeln und dem Knoblauch. Und ich gebe hier einfach ein Esslöffel ganz normales Öl rein. Und ich habe vier rote Zwiebeln und zwei Knoblauchzehen. Und die reibe ich mir einfach in die Pfanne. Also, natürlich mit dem Fingerschutz, sobald es ein bisschen tiefer her. Wer keine roten Zwiebeln hat, kann natürlich auch normale nehmen. Aber ich finde immer die roten Zwiebeln ein bisschen mülder. Und was ich gerade auch schon vorbereitet habe, ist den Baby Blattspinat. Das war eine 100 Gramm Packung. Den habe ich schon gewaschen und der steht da schon zu... Also der ist auch geschleudert. Hups, das schleudert ja auch. Ja, und steht schon da zum Trocknen. Also ich starte hier. Und jetzt sind nur noch die beiden Knoblauchzehen. Ohne Blut an den Fingern. Ja, und das wird jetzt einfach glasig angedünstet. Ich nehme mal die Zeit und kann es euch gleich sagen, wie lange es gedauert hat. Denn dann kann ich mich gleich die Platte hier wegpacken, weil ich brauche den Platz hier gleich für meine Kartoffeln. Und das hat bei mir jetzt genau 5 Minuten gedauert, dass das schön angedünstet ist, ein bisschen angebräunt. Und das reicht bei mir. Und dann kann ich das nämlich erst noch wegstellen. Und vor allen Dingen habe ich jetzt Platz für meine Kartoffeln. Und ich gebe mir in den Kartoffelteig 2 Esslöffel Stärkemehl. Das soll einfach gleich nur die Bindung dann bringen, dass es besser aneinander pappt. Und 2 Esslöffel saure Sahne. Und schon gleich hier Pfeffer und Salz. Naja, und das verrühre ich mir jetzt schon mal. Also mit den Gewürzen kann ich nur sagen, ich habe ja jetzt bisher noch gar nichts gewürzt. Also der Spinat wird nicht gewürzt, die Zwiebeln sind nicht gewürzt. Also deswegen darf es hier schon ein bisschen mehr Salz und Pfeffer an den Kartoffeln sein. Ich gebe mir das jetzt noch auf die Arbeitsfläche hier. So kann ich es besser vermengeln. Also das ist jetzt wie ein Teig, aber nicht zu klebrig. Sonst kriegen wir es nämlich hier gleich nicht so zusammengerollt. Ich fülle mir, oder besser gesagt, ich drücke mir das jetzt erstmal auf der Arbeitsfläche platt. Damit ich das dann auch gleich gut abbekomme, kommt einfach ein bisschen Paniermehl hin. Und noch etwas Parmesan-Käse. Ja, vegan kriegen wir das heute sowieso nicht. Das kann ich garantieren. Dafür ist einfach zu viel Milchprodukte drin. Also einfach auf der Arbeitsfläche. Und ich drücke mir das jetzt hier. Nicht zu dick, aber zu dünn darf es auch nicht sein, weil dann kriegen wir das nämlich nicht mehr von der Arbeitsfläche hier runter. Also ich sehe zu, dass ich das so rechteckig hinbekomme. Und es beginnt mit der Füllung. Also ich habe hier meinen Babyblattspinat. Der ist auch richtig schön trocken. Also gut geschleudert. Da drauf, also in die Mitte, gebe ich mir meinen Burrata, den ich so ein bisschen auseinanderziehe. Wer keinen Burrata hat oder möchte, der kann auch Mozzarella nehmen. Aber er ist natürlich nicht so schön cremig wie jetzt hier dieser Burrata. Ja, und zum Schluss kommt hier nur noch mein Zwiebel drauf. Und jetzt, ich bin schon ganz aufgeregt, das jetzt natürlich gut gerollt zu bekommen. Oder besser so zusammengeklappt. Ich habe hier meine Teigkarte und mit der gehe ich halt so drunter. Und werde das jetzt zusammenklappen. So, das muss schon eher geformt werden. Also mit dem Rollen, das klappt sicherlich nicht so. Also das wird hier gut zusammengemengt. Na ja, wenn da irgendwo noch ein Spinatblättchen rausguckt, das ist jetzt auch nicht weiter dramatisch. Aber grundsätzlich sollte es schon so geschlossen werden. Es war jetzt auch die ganze Packung Spinat. Da kriege ich ja wieder den Hals nicht voll. Deswegen ist das ein bisschen schwieriger, den jetzt hier so ganz einzuarbeiten. Ja, hier den Rest von dem Paniermehl und dem Parmesan gebe ich hier auch noch drauf. Und jetzt hoffen wir mal, dass ich das wirklich ziemlich unfallfrei hier auf mein Backblech bekomme. Aber ich bin ganz froh, dass ich es so wirklich runterbekommen habe. Ja, hier mal nochmal ein bisschen nacharbeiten. Das ist wirklich nur noch vereinzelt, dass da jetzt ein bisschen Spinat draus guckt. Aber das ist okay so. Ich betreue mir das nur noch ein bisschen mit meinem Chili-Knoblauchöl. Ja, das ist schon ganz schön scharf. Deswegen, also bei Kindern vielleicht einfach nur ganz normal mit Olivenöl. Das verpinsel ich mir jetzt hier noch. Das ist einfach nur, damit es schön saftig bleibt und nicht so austrocknet. Und das kommt jetzt bei 180 Grad in den nicht vorgeheizten Backofen. Heißluft, mittlere Schiene. Und ich stelle mir 30 Minuten ein. Sollte es zu braun werden, mit Backpapier einfach nochmal abdecken. Aber ich glaube, es soll ja schön anrösten. Aber natürlich soll es nicht verglühen förmlich. Ja, also das geht jetzt in den Backofen in einer halben Stunde. Ja, gucken wir mal, was draus geworden ist. So, ich muss sagen, die halbe Stunde ist jetzt rum. Aber das ist mir noch nicht braun genug. Ich hätte es gerne noch ein bisschen mehr gebräunt. Deswegen werde ich da wohl noch eine Viertelstunde jetzt zugeben. Also insgesamt eine Dreiviertelstunde. Also wie bereits angekündigt, eine Dreiviertelstunde habe ich es drin gelassen. Jetzt ist das hier auch schön knusprig. Und ich sehe hier auch, wie der Burrata drin zerlaufen. Gut, der Burrata braucht nicht viel, um so zu laufen. Aber ja, es sollte so viel möglich sein. Ja, jetzt wird es natürlich noch ein bisschen tricky hier, das rüber zu bekommen. Also das ist mir zu gefährlich. Also das klappt im Ganzen wirklich nicht. Das würde nur auseinanderbrechen. Ja, jetzt versuche ich natürlich, das ein bisschen zu zerschneiden, ohne auf der Backmatte zu schneiden. Da ist natürlich nichts drin, was jetzt irgendwie, wer weiß, wie hart wäre, um es durchzuschneiden. So, jetzt gucken wir nochmal. Also das war schon ein bisschen schwieriger. Ich kann es wirklich empfehlen, in vier Teile zu teilen und dann direkt auf den Teller zu geben. Und im Ganzen bekommt man es wirklich nicht rüber. Das ist zu gefährlich, dass es dann ganz auseinanderbricht. Und dann hat man wie ihn gekackt und hingeschissen auf den Teller. Ja, ich habe mir einen schönen Endiviensalat dazu gemacht. Ich liebe einen Endiviensalat. Der ist zwar auch immer ziemlich teuer, aber schon sehr ergiebig auch. Der reicht auf alle Fälle zwei Tage bei mir. Ja, und deswegen, ich mag es immer gerne, gerade wenn es so etwas Heißes aus dem Backofen ist, wenn man dann so einen kalten Salat dazu hat. Ja, und jetzt, man sieht, hier ist jetzt alles beieinander. Burrata zieht ein bisschen Fäden, die Zwiebeln, oh, der Spinat. Also erst mal das. Und wenn der Backofen im Hintergrund so laut ist, ist es einfach, dass nach dem Backen, dass ich hier die Tür offen, heizt er mir nämlich direkt noch ein bisschen die Küche mit. Vorheizen anders. Also, was soll ich sagen? Ich wusste, dass alles, was da drin ist, genau meinen Geschmack trifft. Es hätte die Kartoffelflecht noch ein bisschen mehr Kruste haben können, aber ich finde es jetzt auch so okay. Es ist, man merkt, dass der Rand so ein bisschen knuspriger ist und innen ist es aber wie Kartoffelpüree, was es ja eigentlich auch ist. Aber bei mir mit diesem Knoblauch-Chili-Öl, ach, jetzt richtig würzig. Ja, die Zwiebeln sind auch so lecker. Also, ja, der Burrata ist natürlich teuer. Kostet ein Burrata 1,99 Euro, das muss ich sagen. Das ist schon hier diese Nuneh-Marke von Edeka. Ja, aber man hätte auch anderen Käse nehmen können, natürlich. Aber ansonsten, die Kartoffeln, der Spinat war auch im Angebot für 1,11. Auch da könnte man natürlich aufgetauten, gefrorenen Spinat nehmen. Den habe ich zum Beispiel die Woche für 77 Cent, die Edeka-Marke, im Angebot bekommen. Also, ja, und die Kartoffeln. Ja, und vielmehr ist jetzt gar nicht her gut Zwiebeln. Ja, Zwiebeln, aber die sind ja Gott sei Dank auch noch nicht so teuer. Und da kann man auch Weiße nehmen. Also, grundsätzlich ein günstiges Gericht. Ich würde aber nicht sagen, ungesund. Weil, ja, es war jetzt auch nicht mal viel Fett dran. Ja, wie gesagt, der Käse halt natürlich wieder. Man hätte jetzt auch nicht drumherum den Parmesan. Man könnte das natürlich auch ganz mit Paniermehl. Also, wie ihr das wollt. Ihr könnt natürlich jetzt auch mit Forellenzungen und Maiglöckchen-Dolden anrichten. Dann wird es schon teurer. Aber grundsätzlich kann man das wirklich als sehr günstiges Mittagessen für vier Personen gut, ja, sich einteilen. Ja, und jetzt, ich genieße das jetzt mit meinem Endivien-Salat. Kann es euch total empfehlen. Schreibt es euch auf. Genieße das Leben. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.